Das grosse Challenge von einer Bankenseite ist, dass Bankkunden immer schon sehr genau wissen, was für Inhalte sie auf einer Website suchen. Das heisst, man muss versuchen, den Kunden direkt am Anfang die Informationen zu liefern, die er in dem ersten Moment sucht. Eine Funktion, die wir ganz besonders stolz sind darauf, ist die QuickSearch, die man auf der Startseite direkt findet. Sie besteht einerseits aus acht vordefinierten Seiten, die der Nutzer, ohne irgendetwas einzugeben, direkt auf die entsprechende Seite gelangen kann. Gleichzeitig kann ich die QuickSearch wie eine klassische Suche verwenden, indem man den Begriff Konto eingibt als Beispiel. Und nachher dann automatisch die bestmöglichen Ergebnisse für diesen Begriff findet. Uns ist es ganz besonders wichtig, auf jeder einzelnen Seite eine logische Nutzerführung abzubilden. Ebenfalls sieht man auf jeder Seite auf den ersten Blick die relevanten Informationen und kann gleichzeitig ein Produkt oder ein Paket eröffnen. Der moderne Bankkunde ist heutzutage selbstverständlich auch mobil unterwegs. Er kann sich hier zum Beispiel direkt über das Smartphone, über die verschiedenen Privatkonten informieren. Durch den konsequenten Fokus auf den Nutzer und durch den Einsatz von Drupal als CMS-Technologie ist uns eine sehr schlanke, eine schnelle und durchdachte Website gelungen. Wir wünschen ganz viel Spass beim Entdecken der neuen Seite der Schaffhausen Kantonalbank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017